Wir sind jetzt seit einigen Tagen hier im Theater an der Elbe, in allen Departments wird da gerade den ganzen Tag geprobt. Die größte Herausforderung ist, dass bis zum Ende der Woche wirklich alles fertig wird, damit am Dienstag auch wirklich alle dort einziehen können und wir mit den Bühnenproben starten. Für uns ist es eine neue Premiere und es muss auch so aussehen. Es soll perfekt sein. Wir stehen wirklich hier in diesem Raum und wir singen und singen und singen und alle Crescellen, die Dekrescellen, es muss alles gleichzeitig passieren. Ausdauer ist sehr gefragt für solche Nummern. Dafür, dass wir so unterschiedlich sind, ist die Stimmung sehr harmonisch und sehr schön. Alle sind sehr gut drauf. Ich glaube, alle freuen sich, hier jetzt in Hamburg zu sein. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Kurs für die Premiere. Du bist galli, foi der Es gibt Aligny-Tisch! Es gibt Aligny-Tisch!